So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Diablo 3. Ich werde die Aufnahmen heute ein bisschen kürzer fassen. Hier sind wir das letzte Mal schon stänke blieben. Weil ich momentan gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Den Grund werdet ihr zwangsläufig auch noch erfahren. Da es... Ja, ich möchte jetzt nicht alles nur auf dieses At gewisse Spiel schieben. Aber ich vermute mal, es hat ein bisschen dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier bei Diablo 3. Und wir fangen natürlich auch... Wir machen natürlich auch weiter. Entschuldigung. So, werde ich mich mit denen hier machen. Gehe zum kaiserlichen Palast. Haltet sie auf! Oh, ich habe ja was. Ganz, ganz, richtig vergesst. Ich habe ja... Naja, jetzt warten wir mal ab. Vielleicht wird es ja besser. Vielleicht ist es ja schon ein bisschen gepatcht worden. Ich lasse mich ja immer gerne überraschen. Ich gebe ja die Hoffnung nie auf. So... Was halt? Ach du, halt. So, wir schnitzeln uns hier wie immer schön durch die Gegend. Oh, das schaut... Äh... Ja... 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 Okay... Wieder auch Zeit... Halt, 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 halt... Ja, du, der brennst natürlich wieder voll rein. Ist ja... Also, ihr Templer seid vielleicht mit Macht ausgestattet, aber nicht mit hier. So... Das da, das da und... Ist das da, damit ich ein bisschen schneller gehe. So... Ach, das war ich schon. Das war es schon, oder wat? Naja... Okay, schaut so aus. Aber wir haben ja ein paar schicke lila Sachen gekriegt. Äh, blaue Sachen. Entschuldigung. Äh... Ja, ist alles Schrotz da? Was bin ich tun? Ist ja bestimmt eine Menge uralter Texte verschlungen. Ich habe nicht vor, nach alten Schriftrollen zu suchen. Hm... Aber dennoch, wenn wir welche finden würden, hätte ich nicht, wie wir sie hier anzusehen. So... Selten Ring... Hm... Ja... Den nehmen wir... Stärke... Heilkungen... Ja, nehmen wir mal das so. Glaub, dat passt ja. Na toll... Hier rüber... Hier rüber... Oh, das war aber knapp. So... Der kann uns alles entgegenstellen, was er hat. Das bringt nix. Die schlagfertigste Person aller Zeiten. Ja, ein würdiger Gegner. Ah, mal. So... Numero eins. So... Zapp, 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 zapp. Naja... 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 Komm, Lea... Tschaka... Naja... 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 Ach, dat ist jetzt Belial... Schon... Naja... Hätte ich ja nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, ich weiß gar nicht wohin. Links, rechts, geradeaus, hoch, zurück. Schnitzer... Ich werde nicht fallen. Diese Welt ist meins. Darf ich mal sagen, erwähne, du bist hässlich. Belial. So, das da, das da... Ich hau jetzt gleich mal mit allem raus, was wir haben. Vielleicht bringt man ja was. Nitzel... Ja, komm. Och, Mensch. Ach, das geht noch hässlicher. Wow. Ja, es geht definitiv noch hässlicher. Äh... Ja, jetzt wird's ein bisschen... Komisch hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin rein muss. Äh... Hallo. Hallo. Schöne Belial. Super. Ich glaube, Hilfe. Jaaa... Jaaa... Find ich ja toll. Jaaa... Find ich ja toll. Ein bisschen was. Kann man so scheiße anklicken hier. Jaaa... 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 Find ich ja jetzt uncool. Scheiße. Jaaa... 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 Wenn ihr mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Jaaa... Naaa... Jaaa... Schauen wir mal. Sooo... Dann schnitzeln wir die jetzt erstmal. Dann nehmen wir uns mal hier die schicken Sachen. Hm... Für... Ein bisschen später noch. Moment. Kann man hier... Äh... Nein... Kann man nicht. Sooo... Wie ihr seht. Also, falls wir jetzt nochmal drauf gehen, habe ich schon beschlossen. Werde ich mal ein bisschen auf Range gehen. Vielleicht kriegt das hier was. Sooo... Hier nicht. Ich werde nicht fallen. Diese Welt... IST MEIN!! Ich werde nicht fallen. Diese Welt... IST MEIN!! Schön für dich. Sooo... 00 So... Ja... Zum Satz Vamos! Ich werde nicht fallen. Diese Welt, ist meins. Ich würde dich jetzt lieber richtig nieten. Ich würde ja gerne springen, aber ich kann ja nicht. Man! Also den anzuvisieren ist schon etwas tricky. Ah! Fuck! Meine Fresse! Letzten Speicherpunkt wiederbeleben. So jetzt, Moment mal! Moment mal! Äh... Was haben wir denn hier? Wirbelbillen. Seismische Schwellen. Schaden zufügen. Erhöht den Schaden und den Rückstoßeffekt darauf, um Gegner zu betäuben. Ich bin jetzt mal hierfür. Annehmen. Was haben wir denn hier? Raserei. Damit jedem treffe eure Angriffsgeschwindigkeit. Äh... Halt seine Gegner aus, mit dem Chancen zurückzustoßen. Hmm... Schwingt eure Waffe, wäre ein Gegner von euch. Was haben wir hier? Offensiv... Stößt euch aber nicht mehr zurück. Täuben statt sie zurückzustoßen. Hmm... Prügel... Was haben wir hier? Triumph. Wenn ihr noch mal tötet, wird ihr geheilt. Jeder Angriff hat eine zusätzlich durchschlagende Axturf auszulösen. Wouldiam? U creature of concern Ich bin ja jetzt eher mal... Hierfür. Ich weiß ja nicht, ob das was bei ihm bringt. Durch Spalten getötete Gegner explodieren. Ja gut, das bringt uns nix. Ach, wurscht jetzt, nehmen wir mal das. Wir sind ja schon mal drauf gegangen. Was haben wir denn hier? Äh, schon eine ganze Zeit vor einem Großteil des Schadens. Ja, das wäre ja eigentlich schon mal nicht schlecht. Vor einem Großteil des Schadens. Revanche, was haben wir denn hier? Wieder abschneiden. Okay, für den Gegner. Wenn der getroffenen Gegner heilt. Hm. Leben, wenn ihr Revanche einsetzt. Drohruf, was haben wir denn noch? Kampfrausch. Schade, 13. Waffenwurf. Ja, Erdbeben. Rufbeschuldigung. Aber die Fange. Oh. Das probieren wir mal aus. Das klingt nett. Das klingt nett. Das probieren wir mal aus. Gut. Guti, guti, gut. Ja, kann ich das... Ja. Kennen wir ja schon. So. So. Dann kommt ihr Pappnasen. Ja, ist ja ein bisschen mehr, gell. So. Hopp. Zap. So. Aber ich glaube, das reicht für die. Ja, Quatsch nicht, alter Mensch. Zwei Minuten Abfliegzeit bin ich da. Plus 15 Sekunden. Ja, dann heben wir uns das mal hoch. Ah, okay. Die Rückstoßeffekte bringen wir aus. Zumindest in der Person. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Ja, das ist ja schon mal. Das ist der Fall. Der Halle. Jo, dann zeig ich dich ja mal. Kollege. So. 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 Boah, geh raus, Rosie. Meine Fresse. Geht's noch? Hallo? Meine Herren. Ich glaube, ich nehme mal gleich mal wieder ein Schild. Was haben wir hier? Schutz. 200 Leben. 130 Leben. Magische Quelle. Wir nehmen mal lieber diesen Handschuh. Jetzt nochmal kurz zurückreisen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich mich hier anstelle wie ein wieder Depp vom Dienst. So. So. Wir haben hier was schickes Einhändiges. So. Jetzt brauchen wir noch ein passendes Schild. 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 Entschuldigung. Schild, 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 Schild. Hm, 200. Was brauchst du denn dafür? Sieben Stück. Okay, Moment mal. Jetzt packen wir uns mal hier die Kiste voll. Mit zwei davon, zwei davon. Dann kurz zum Handwerkerstiefeln. Ausbilden, 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 ausbilden. Peltier. Ja, toll. Seid ihr eines Blablablas? Können wir jetzt wenigstens nochmal? Nein, scheiße. Stufe. Ah, okay. Kriegshaupt. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, das da herstellen. Das da herstellen. Jetzt stellen wir uns mal ein paar andere schickige Sachen her, hier. Äh, Schultern. Stufe 29. Was bin ich? 25. Jo, doll. Äh, gut. Können wir schon mal vergessen. 28. 28. Probieren wir es mal. Jetzt schauen wir, was haben wir hier. Okay, Schaden. Äh, int. Äh, okay. Noch mal herstellen. Ja, erst mal hier. Drei Prunkschild. Also das Craften hier drin ist für'n Arsch. Ganz ehrlich. Vier Leben zu betäuben, reduzierte und desanerlittenen Schaden um zwei Prozent. Aber ohne Sockel. Probieren wir es nochmal. Hm, ja, das schaut schon besser aus. Vier Blockstands, ein Leben pro Sekunde. Ist zwar nicht zum Stacken, ist mir jetzt aber erstmal wurscht. Was haben wir denn hier? Kannst du nicht folgen, wenn wir nur herumstehen. Leck mich. Ach, Geschicklichkeit. Hm, okay. Das schaut schon mal. Ist zumindest gleichwertig. Was haben wir hier? Ja, jeder Treffer für zwei Leben. Plus fünf Leben. Mehr Gold von Gegner. Geschicklichkeit Schaden von... Erhöht. Okay. Dann kriegt der das da mal jetzt so. Da rein. Das Schild haben wir schon. Was können wir denn noch herstellen? Die Stiefel. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Das ist zu heftig. Da können wir noch was machen. 210. Na, Kampfangreifer allein zwei Schaden pro Treffer. Okay. Hm, das hat aber mehr Schutz. Was haben wir denn noch? Kettengürtel des Adeptan. Seltener Beinschutz. Das scha... Uh, das schaut ja auch nicht schlecht aus. Uh, das ist sogar richtig gut. Ist zwar mit Int, aber schon mal nicht schlecht. Haben wir noch irgendwas mit Schultern? Schultern, Platten, Bein, Schutz. Okay, das haben wir ja schon. Gürtel, Kopfschutz, Schulterschutz. Jetzt erst mal verkaufen. Äh, erst mal verticken. Präparationale Gegenstände. Auf keinen Lästigen Wachen. Achso, ja, nee, du sollst der verkaufen. Zap, 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 zap was gucken. Beim Moment, Moment, Moment. Wir können ja hier noch Waffen schmieden. Daibo. Dolch. Faustwaffe. Armbrust. Köcher. Mächtige Waffe. Einhand. Ja. Schwert. 29. Ist ja wieder klar. Streitkolben. 24. Zauberkriegstab. Ist ja wieder klar, dass ich jetzt hier das da kriege, aber das Level nicht dafür hab. Hammer des Adepten. Ich riskiere es jetzt einmal. Joah. Okay. Definitiv besser. 5. 2 Leben hinzu. Der kriegt den Sockel. Blitzschirm. 41 Stärke. Gut. Was haben wir denn hier? Rüstung. Was brauchen wir denn noch? Armschiene. 29. Schlecht. Das haben wir schon. Plattenharnisch. Plattenharnisch. Okay. Das probieren wir auch noch mal. Wir haben's ja. Ne. Ne. Also. 1.